Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute gucken wir nochmal ein bisschen in die Praxis rein und zwar wollen wir uns heute mit TLS beschäftigen beziehungsweise dem SSL-Handshake und danach wie wirklich verschlüsselt wird. So, da ich sowieso verpflichtet bin, euch den Link zu sagen von dem Bild, weil ich das hier nicht alles selbst machen möchte, sondern nur mit euch durchgucken möchte, den Link findet ihr natürlich hier oben unter wikimedia.org und dort eine wunderbare Datei, die euch sozusagen alles perfekt analysiert, was eben dieser Handshake und was diese Verschlüsselung alles machen soll. Jetzt seid ihr auch absolut in der Lage, das zu verstehen und ich würde mal sagen, ich mache das hier in Vollbildmodus, damit wir auch noch mehr sehen können. So, also ihr seht, das Ganze ist relativ kompliziert. Wir haben hier auf der linken Seite den Client, der hat einen Public Key, der ist gelb, und einen Private Key, der ist orange und wir haben den Server auch mit Public Key hellblau und Private Key dunkelblau. Ich glaube, das waren sogar meine Farben beim Server, das war aber eher Zufall. Das war tatsächlich sogar Zufall. Okay, cool. Jetzt, was passiert als erstes? Der Client zieht sich eine zufällige Zahl. Warum macht er das? Naja, er schickt ein Hallo an den Server, um dem sozusagen zu sagen, okay, hey, ich existiere hier drüben. So, aber diese zufällige Zahl, die macht diese Nachricht hier zum Beispiel nicht wiederholbar. Das heißt, es kann jetzt nicht irgendjemand anders hergehen und mit genau dieser selben Zahl auch diese Nachricht wieder rüberschicken, denn es ist einfach nicht möglich, oder es ist fast nicht möglich, zweimal genau dieselbe Zahl zu ziehen. Server macht genau dasselbe und schickt ein Server-Hello mit seinen Kryptoinformationen zurück. Was sind jetzt Kryptoinformationen? Zum Beispiel, welche Verschlüsselung benutzt werden soll. Also, später möchte man vielleicht AES-256 mit CWC benutzen. Das hatten wir schon. Und das sind zum Beispiel Kryptoinformationen. Und da muss natürlich auch noch ausgetauscht werden, was sind Public Keys, also welches Verfahren wurde da benutzt, wurde da jetzt zum Beispiel RSA 4048 benutzt, äh, 4096 oder 2048 benutzt. Das muss natürlich alles da noch rein. Und das sind die sogenannten Kryptoinformationen. Keine Schlüssel oder sowas, einfach nur ganz normal die Informationen, was jetzt gleich für Algorithmen verwendet werden, damit die auch auf dem selben Nenner sind. So, dann kommen wir in die Phase 2. Das heißt, die haben sich kennengelernt und die haben jetzt beide diese zufälligen Zahlen, einmal die vom Server und einmal die vom Client, auf beiden Seiten. Die kann man einfach unverschlüsselt mitschicken. So, jetzt schickt der Server sein Zertifikat und ihr wisst aus dem letzten Video, in diesem Zertifikat ist unser Public Key enthalten. Und der schickt es dann darüber und verlangt nach dem Client-Zertifikat. Der Client wiederum überprüft, ob dieser öffentliche Schlüssel auch wirklich der öffentliche Schlüssel vom Server ist und checkt das Ganze, indem er eben zum Beispiel auch diese CA-Kette, also die Kette aus CAS, überprüft. Das heißt, zuerst wird die Unterschrift überprüft von der RootCR, dann wird das nächste überprüft, dann wird es wieder überprüft und so weiter und so fort, bis er hier diesen Public Key überprüft hat. So, dann schickt er sein Zertifikat an den Server und der Server überprüft das Client-Zertifikat, auch wieder ganz genau gleich. So, und was dann noch passiert ist, wir nehmen eine sogenannte Hash-Funktion, da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, und hashen einfach alle bislang geschickten Nachrichten. Also, wirklich komplett von Generate Random Number bis hin zu Client-Zertifikat. Also, alle Nachrichten, die hin und her gegangen sind, werden gehashed. Das heißt, wir können nicht wieder die ursprünglichen Nachrichten rekonstruieren. Und das wird dann unterschrieben mit dem Secret Key vom Client. Das heißt, mit diesem orangenen Key hier. Und das kann natürlich der Server überprüfen, indem er einfach den Public Key benutzt. Das heißt, er kann überprüfen, dass diese Nachricht wirklich von unserem Client hier stammt. So, und das ist jetzt natürlich ziemlich cool, denn jetzt wissen wir, dass diese Nachrichten auch hier wirklich nicht verändert wurden. Wenn die Nachrichten verändert wurden, dann kann dieser Hash und die Signatur, dann sind die nicht mehr, dann stimmen die nicht mehr überein. Das heißt, die Signatur kann nicht gefälscht werden, zumindest nicht in normaler Laufzeit. Also, in unendlich Zeit, klar, geht alles kein Problem, aber wir haben nicht unendlich Zeit zur Verfügung, sondern wir haben nur, als Angreifer meine ich jetzt, sondern wir haben nur ein paar Millisekunden eigentlich. Und deswegen kann das nicht geknackt werden, hier in diesen paar Millisekunden. So, und dann noch wird der Hash gecheckt, ob da auch wirklich alle Nachrichten drin sind. Das heißt, der Server weiß natürlich auch, was da für Nachrichten drinstehen. Also kann er auch erstmal den Hash bilden von dem, von dem, also dem zweiten hier, alles was hin und her ging, macht er einfach denselben Hash-Wert draus. Das kann ja auch der Server machen, denn der hat ja auch alle Nachrichten geschickt, beziehungsweise empfangen. Und kann dann sozusagen den Hash-Wert hier überprüfen, ob die beiden gleich sind. Sozusagen wie eine, wie ein Message-Authentication-Code. Gut, dann, wenn da auch wirklich beide dasselbe raus haben, das heißt, der Server sagt, okay, es ist alles gut gegangen, du kannst jetzt weitermachen. Ansonsten schickt er einfach, halt, stopp, wir wurden angegriffen und dann wird die Verbindung terminiert, sofort terminiert. Wenn das aber wirklich alles gut gegangen ist, dann haben jetzt beide hier Public-Key, Secret-Key, Public-Key, Secret-Key von jeweils, also den Secret-Key von sich selber und Public-Keys von dem jeweils anderen und sich selbst. So, jetzt nehmen wir eine neue zufällige Zahl, das ist das sogenannte Pre-Master-Secret, PMS kurz. Und das wird verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers. Also komplett nur der Server kann es jetzt entschlüsseln, klar, und der kann jetzt hier einfach mit seinem Secret-Key wieder aus diesem verschlüsselten PMS, das PMS, rekonstruieren. Niemand anders außer dem Server kann das Ganze, klar, weil niemand anders den Secret-Key vom Server hat. So, und jetzt können sie sich beide daraus ihr Master-Secret ableiten, also berechnen. Und was das jetzt im Endeffekt ist, das ist eigentlich relativ simpel. Und zwar, wir erstellen uns irgendeine Seed-Zahl, also eine zufällige Zahl und die wird verschlüsselt rübergeschickt, damit auch beide dieses zufällige Zahl haben. Und dann wird mit einem Zufallsgenerator, der braucht immer ein bisschen Zufall als Eingabe, wird einfach ein Schlüssel generiert. Also ein Schlüssel, mit dem man dann zum Beispiel AES verschlüsseln kann. Und ab da kann AES zum Beispiel verwendet werden. Das heißt, wir setzen hier unseren Encrypted Connection mit MS als Schlüssel. Also ab hier wird nur noch symmetrisch verschlüsselt. Ab hier unten Phase 4 wird symmetrisch verschlüsselt. Da vorne Phase 1 bis 3 wird asymmetrisch verschlüsselt. Hier oder sogar teilweise unverschlüsselt in Phase 1. Und in Phase 2 ist ja unverschlüsselt. Und hier wird dann ab sofort nur noch symmetrisch verschlüsselt. Warum? Weil es viel, viel schneller ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel asymmetrisch ein Bild verschlüsseln möchte, dann dauert das ein paar Sekunden. Normalerweise möchte ich aber nicht warten, also ein paar Sekunden warten, bis irgendwie auch nur das Bild hochgeladen wurde. Normalerweise sollte es BAM und da ist es. Mit AES geht das ratzfatz, also ein paar Millisekunden, dann habt ihr sowas verschlüsselt. Das kann man fast wie Festplatte kopieren, so schnell geht das. Das heißt, es ist auf jeden Fall schneller als eure Internetleitung, zumindest in den allermeisten Fällen. Und deswegen kann man hier mit AES ohne Probleme verschlüsseln. Aber asymmetrisch sollte man möglichst schnell sozusagen wechseln. Und das ist eben genau hier passiert. Und ab hier, wie gesagt, dann ganz normal asymmetrisch. Hier wird der SSL-Handshake beendet. Das heißt, sie haben auch beide wirklich die Verbindung aufgenommen. und können ab hier dann ganz normal kommunizieren. Das heißt, was hier passiert ist, es werden erst die Zertifikate ausgetauscht, dann werden die überprüft. Dann wird überprüft, ob alle Nachrichten unverändert waren. Und dann wird der Secret Key, also der normale Schlüssel zum Verschlüsseln ausgetauscht. Und ab da wird dann ganz normal verschlüsselt. Und ab da fängt quasi eure Website-Verbindung an. Also ganz unten fängt die ganz normale Verbindung an. Ab da werden Daten übertragen, ab da werden Passwörter übertragen. All diese Sachen. Wunderbar. Ja. Warum zeige ich euch jetzt TLS? Wir haben ja noch nicht mal mit der Netzwerktechnik-Serie richtig angefangen. Und ja, warum mache ich das jetzt schon? Naja, weil man dieses Protokoll sozusagen nicht nur auf irgendwelche HTTPS-Verschlüsselungen übertragen kann, sondern das braucht man eigentlich überall. Weil das ist im Prinzip genau das, wie man alles machen kann und sollte. Einfach genau so kommunizieren und dann funktioniert alles ohne Probleme. Das heißt, das kann man auch von mir aus als manuelle Konfiguration benutzen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Kumpel irgendwelche Informationen austauschen möchte, die unglaublich vertraulich sind, dann kann ich auch nach diesem Protokoll hier verfahren, um eben sicher auch wirklich meine Schlüssel auszutauschen, ohne dass ich jetzt dafür irgendeinen Server brauche. Ich muss tatsächlich einfach nur dafür sorgen, dass hier dieser Schlüssel richtig ausgetauscht wird und das kann ich hier eben dran rausfinden, wie das funktioniert. Das heißt, das könnt ihr für alles Mögliche benutzen, nicht nur für irgendwie HTTPS oder sowas, sondern das könnt ihr auch wirklich für alle anderen Sachen benutzen und darauf anwenden. Gut, deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen als kleiner Vorgeschmack, was euch in der Netzwerktechnik-Serie vielleicht erwarten wird, die irgendwann demnächst anfängt. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Okay, das war es von meiner Seite und wir hören uns. Bis dann. Ciao.